...Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Wirtz. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Der haute Ball ganz lang. Hofmann. Raus auf die linke Bahn. Da hat er jetzt reichlich Platz. Die Ereingabe von Wirtz. Kompromisslos weggeschlagen. Das habe ich in der Form selten erlebt. Es steht 0 zu 0 und was noch viel schlimmer ist, man hat den Eindruck, die wollen beide überhaupt nicht treffen. Da war er voll auf der Höhe. Ja, der war draußen, somit ein Wurf. Starker Ball hält er drauf. Das ist nicht mehr regelkonform, das muss Freistoß geben. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern, er hat es getan. Das könnte durchaus eine Karte geben. Ne, der Umparteiische will nur ein ernstes Wölnchen mit ihm reden. Direkt abgezogen. Das ist ein wütend.